So, Boys, das ist die neue Meta. Körperliche Veränderung, Freunde. Hä, hier liegt eine L2-Taste auf dem Boden. LOL. Ich habe gar mit meinem Fuß so eine L2-Taste hochgehoben. Ist ja interessant. Oh mein Gott, ich bin so schlecht. Ja, war mein eigenes. War mein, war mein Bad. War mein Bad, war mein Bad, war mein Bad. Ich habe zu früh Kreis gedrückt. Absolut mein Bad. Das geht auf meine Kappe. Ach, vor. Komm, jetzt kriegst du drei... Hä? Hä? Was? Was? Junge, dieses Notensohnsspiel! Dann halt jetzt! Nein! Och, Cousin, Alter. Du weißt aber, dass du gerade Rivals spielst. Als Maul spiel Rivals? Nein! 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 Ich hab so reingeschwitzt! Ich hab so reingeschwitzt! Oh mein Gott, ich hab gerade das Weekend League! Nein, Bruder! Ich hätte so rumgeschrien jetzt, ne? Digga, was ist das? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich zieh durch, Chat! Hau rein! Das war halt gestört! Oh mein Gott! What the fuck! Das war halt gestört! Oh mein Gott! What the fuck! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oie, oie, oie! Stark, Alter! Ich weiß nicht, was er gemacht hat! Das ist ein Clip-Wert Tado, willst du jetzt spielen? Was? So ein Mülleimer-Verein, Alter Guck dir die Pässe an Guck dir die Pässe an, bitte Guck dir einfach diese Pässe an Das ist doch ein Witz Ey! Ey! Die ist nur Dom-W-Karte Ich bin fett Digga! Hä? Ich kann nicht auf Pause drücken Lul, seht ihr das? Da unten läuft jetzt der Counter Da unten läuft der Counter von der Pause Und ich bin nicht im Menü Alles klar EA Sports Es ist okay Ich hab alles gesehen in diesem Spiel Wirklich Ich komm nicht mal ins Menü Ich kann... Ne Okay EA Euer Spiel ist einfach nur kaputt Lul Da ist er, JNN! Rashford Doppelpack So komm ich jetzt vielleicht ins Menü Vielleicht zählt das Tor auch nicht Weil ich war ja noch in der Pause Keine Ahnung Ich weiß ja nicht, Gizmo Vielleicht kannst du noch einen kurzen Clip machen oder so Nein Boah, guck mal bitte, was er für Bälle spielt Guck mal bitte die Bälle an, die der spielt Was denn jetzt? Gibt der jetzt Rot? Ey, der gibt Rot Er gibt Rot für nichts Guck mal, er gibt Rot Er gibt Rot Ey, was soll das denn? Ey Bruder Was ist das denn? Schaut es euch an Mir geht wieder nicht hin Ja Gut, da bin ich raus Da bin ich raus Ich quitte Das geb ich mir nicht Es gibt auf jeden Fall Backlupfer Probleme Endlich Endlich Fickt einfach meinen Kopf Mann, dieses Spiel So sieht es aus der Tour am Tagesende aus Der Gegner passt mich schön an Krieg den Ball nochmal Und Ende vom Lied ist, dass dieser Dreiecksball dann durch ist Und jetzt Hä? Jetzt reicht's aber Sorry Leute Jetzt ist es das erste Mal, dass ich an diesem Tag pisst bin Ich drücke Dreieck mit meinem Keeper Wohin läuft der? Ich wollte ihn rausholen Hilfe Wie langsam mein Tor Wie langsam mein Tor Was? Ich dachte, es wäre ein Tor Ich habe aufgehört zu spielen Hä? Ich habe gar nicht mehr hingeguckt Was ist denn passiert? Hehe Hä? Prijadnafala Sorry mit vollem Mund Isst man nicht Sanchez Ich wollte dir auch einfach mal sagen, dass du wirklich ein Stück Scheiße bist Und dass ich mich sehr auf Bruno freue Und wenn du endlich weg bist Boah, ist Renato Sanchez Bester Mann Ich wusste schon immer Wir sind so Wirklich Renato King Habe ich schon immer gesagt Ich habe Ich habe hinten ein Trikot bei ihm aufliegen Spielt den Ball kurz Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Null Guckt euch mal die Mauer an Guckt euch mal seine Mauer an Schick halt Balfobie, ne? Was? Was? Oh mein Gott Was macht Umut da? Äh, ach so Moin 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 Ich habe die Anladung Nimm mal Probleme Hey Mach mal Ich habe Entschuldigung Hast du mich? Was ist mir? Oder ist er schon Bist du noch da? Du, eine Frage jetzt Weil ich habe gegen dich gespielt Du spielst so krass Erzähl mal Was war jetzt bei diesen Games Als du reingestartet bist Was war da so anders? Ich kann gerade nicht Wichtig Ich wollte noch wissen Warum du Wie es einfach Worauf es dann kam Oder was Dunelmikes so gemacht hat Weißt du? Musst du nicht Du kannst mich später schreiben Das reicht ja auch Du musst mir das nicht im Stream hier sagen Schick mir eine Nachricht Interessiert mich einfach Sorry, dass ich dich hier überrumpel Alles klar Irrmann Das war jetzt gemein Das war jetzt gemein von mir Nochmal mit In die Wunde In die Wunde auch noch hinein Das tut mir leid Aber Alter, der nick Pop, Junge Was macht der da? Der Ist ja Arbeitsverweigerung Nein Hey Bruder, der wäre nicht mal reingegangen Bitte, bitte Clip Klasse gespielt Da hätte er mehr draus wagen können Nee Oh na Was sehe ich da? Also bitte Findest? Ederson, bitte Oh nein Oh nein Oh nein Es gibt Probleme Oh Mann ey Ich spiel gegen einen Profispieler Kaktus Jack Ich spiel gegen einen Profispieler Ich spiel gegen einen Profibundesligaspieler Von Hertha Ich spiel gegen einen Profibundesligaspieler Der hat 99er Karte Jordan meint Du sollst ihn gewinnen Ey Geht mal zu Jordan rüber Und sagt mal Der soll mich mal gewinnen lassen Bitte Ich bin heute gebrochen Ich bin im Loch, Digga Jordan Wenn du das siehst Hörst Was auch immer Irgendwann mal Wieso lässt du mich nicht gewinnen, Mann? Bruder, du hast ja schon genug Erfolg Im Fußballbereich Du bist Profifußballer Lass mich doch wenigstens hier Erfolg haben Nein, ich will nicht jubeln Ich will nicht jubeln Ich hab X gedrückt Ich will nicht jubeln, Jungs Hä? Warum macht ihr das? Nein, warum? Ey, Sid Warum macht ihr sowas? Der hat gegönnt Ja Ey Ey, ey Bitte nicht Nein Ich darf nicht ausrasten Ich kann nicht ausrasten Passo, was kann ich nur ausrasten Digga Klippt das irgendeiner? Das ist schon das zweite Mal jetzt, Digga Was ne Scheiße, Alter Habt ihr das gesehen? Warte, Bruder Was laberst du da für ne Scheiße? Wilder Pass, Kimmich Du Arschgeburt Aber der will immer nur diesen Torwart Ich dachte, ich kann nicht mehr gebrochen werden Aber es geht doch Es geht doch Ey, Digga Dieses Turnier ist einfach verflucht Guck mal, es geht gar nix Ich grätsch perfekt Selbst da kommt er nicht ran Ja, nein Gegner werden nicht, Leute Hä, was? Hä? 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 Ich dachte, Ecke Hä? Hä? Und erst nicht drehen Du musst Fullcam machen Digga Wir haben Es ist scheißegal, Freunde Weil wir eh schon verkackt haben Es nervt mich Gegen diese deutschen Streamsniper Zu spielen Die dieses verfütter Leute, wir hatten davor das Gespräch, wer einen Kampf gewinnen würde Guck mal, wo er inschlägt Woher glaub ich das Pointe, die ersten zwei Spiele verloren, war das vor zwei Wochen oder letzte? Ich glaub letzte Woche Oh mein Gott, was ich für ein Tor bekommen Ich hab so ein FIFA-Tor noch nie bekommen, noch nie Ja, warum auch Immer gegen die Stange Ja, war gut von ihm, war gut von ihm Hat er gut ausspielt Ja, ja, macht er, macht er gut, macht er gut So Oh, wie gut er das macht Wie stark er, er ist wirklich einfach der bessere Spieler Krass, wie gut er es gemacht hat, Junge Oh, wie gut er es gemacht hat, Junge Das Das macht die Niederlage doch erträglicher jetzt Zweimal Elfmeter, Elfmeter hat das Spiel entschieden Und Elfmeter bekommt er Ein Elfmeter entscheidet das Spiel Und dann bekommt er nochmal Elfmeter einfach ohne, dass ich was drücke Oh, du Scheiße Ach, du Scheiße Dieses Spiel ist so dumm Hau das Ding auch nach vorne Ja, nein, das war ich Ja, ich weiß nicht Mach ich eh, Junge Ehe? Ja Was war das? Ey Die Ballaklasse zu viel Das sieht gut aus Ah, komischerweise Was? 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 Digga Das war 200% abseits Hope Hope Oh mein Gott, guckt Hä? Das macht, also Äh, ne Das ist, das ist jetzt ein beschissener Bug Weil, irgendwas stimmt hier nicht Jetzt ist, äh, was passiert hier? Jetzt ist Alessandrini bei mir auf einmal drin Und Mukiele Hä? Das hab ich jetzt auch gesehen, what the fuck Kurs geht raus an FIFA Deutschland Digga Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das? Jetzt ist übrigens Ruhe da oben, merkt ihr das? Hat was geholfen? Nein! Oh mein Gott, dieses Tor ist an Lächerlichkeit nicht zu überbieten. Momentum auf meiner Seite, oder was? Ah, wir kommen auch immer einen Schritt zu spät. Komm schon. Oh, sehr gut. Nein. Boah, was passiert hier? Was passiert hier? Der Torhüter dirigiert seine Mauer, das könnte jetzt gefährlich werden. Da hat er die Chance, gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Da haben sie Platz, jetzt vielleicht der Konter, guter Pass, Aktion geht weiter, keine Gefahr mehr, gut gelöst. Das sieht lecker Schmecker aus, Chat, guckt es euch an, da geht meine ab, da geht meine ab. Was passiert denn hier jetzt gerade? Yo, yo, yo. Hä, was? Hä, was? Was? Hä? Er macht falsch, Spiel, der Uhrensohn! Rennen, rennen. Rennen, Junge. Die haben TZ und Roberto Carlos gezogen. Äh, FIFA Deutschland, guten Tag. Was soll das denn? Zeit für ein Freistoß-Tor mal wieder. Was? Es ist kein Freistoß? Oh mein Gott, Digga. Wir sehen mal dieses Spiel, ne? Ey. Wenn das ein Tor wird, ne? Das ist unglaublich. Das bitte jetzt, sofort, klippen. Äh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Klipp es doch. Klipp es doch. Klipp es doch. Nein. Ja. 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 Sand King. Hast du das gesehen? Klipp. Komm. Ja, komm. Geh ihn rein. Zwei Klipp. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bitte. Bitte. Nein. Ey, bitte. Ey, klippen. Bitte, klippen. Bitte, klippen. Oh mein Gott. Was ist das denn, Digga? Ey, Beckton. Ich kann ihn jetzt rein. Mir ist scheißegal. Ich kann ihn jetzt rein. Boah. Fuck off, Junge. Der kippt das Jahres. In ganz Deutschland. Oh mein Gott. Was ist gerade passiert? Was ist gerade passiert? Was ist gerade passiert? Oh mein Gott. Das muss ein Tor werden. Klipp, warte, warte, bitte, klipp. Klipp, 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 klipp. Was? MAP? Digga, ich, ich. Digga, dieser Torny. Digga, der, der Gegner. Torny? Digga, der Gegner ist so kacke. Bundesliga hast du Schubolzi von Leipzig. Ja. Schubolzi von Leipzig. Schubolzi von Leipzig. Klipp, klipp. Es ist eine Deloitte in der Nixe. Ja klar! Moin! Ja moin! Ja moin! Nein! Jetzt hab ich mein scheiß Schreibtisch kaputt gemacht! Ich schwöre, Mané ist der wildeste... Boah, guck mal, was passiert denn mit ihr da im Publikum? Ah! Knipp nochmal! Boah, was ein Pass! Oh mein Gott, das wär... Komm! Ey! What the fuck! Was ist das denn? Digga, das war so gut gespielt! Was macht er da? Ja! Schönes Zuspiel hier! Um ein A wäre dann den Ball gekommen, aber der Keeper ist da! Das war eine... Boah, das muss es sein! Da ist der Treffer! Ja! 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 Und wir fahren immer tiefer, immer tiefer, immer tiefer! Was ist das? Lada Woltz FC? Ah ja! Über die hab ich mal nen Schul... Über die... Hatt ich mal nen Schul... Projekt noch jemand von euch? Mein Name ist Eldin, ich bin sieben Jahre alt... Lügt jetzt nicht! So ein cooles Video! Scheiße! Ey! Apa Geburtstag! Wer? Ja?! Naja! Er hat denusser? Na gut. Hattest du an? Hattest du an? Er hat den! Hattest du an? Hattest du an? Hattest du an? Der! Hattest du an? Alles Gute, Atta! Alles Gute, Atta!